Untergrund Wir müssen doch erstmal auch Glück haben, dass man das überhaupt nicht überlebt Schrank mit hängenden Regalen Schrank Schrank Hier ist jetzt die Küchenecke Etagenbitt Welches? Etagenbitt Ja, einfach nur das Aber wir mussten hier ein bisschen aufräumen, damit wir das Etagenbitt irgendwo hinbekommen Ah, das ist ein bisschen kühlt Wir packen halt die Chips und alles hier rein Muss ich mich so aufräumen Hoffentlich bekomme ich dafür eine gute Bezahlung 5000 Ist ja eigentlich gar nichts In dem Spiel 5000 sind da gar nichts Induktionsherd Induktionsherd Einfacher Tisch. Stuhl im Club. Es fehlt ja noch eine Menge, Alter. Erstens hier, dann da. Muss ich sowieso noch aufdrehen. Toilette. Muss ich. Jetzt muss ich ins Eck. Also schreibt mal was rein in den Leichtschritt. Habe ich was zu tun? Habe ich was zu reden? Oh. Um. 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 Okay, montieren wir das. Bum, bum, bum. Perfekt. 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 Eine WC kaufen. Das war... ...ne schnellere Montage. Siffel, Alter. Au! Meine Kopfhörer gehen gleich aus. Dazu muss ich kurz einstecken. Ich hab die nämlich nicht aufgeladen. Kamerlose Kopfhörer machen wir immer aufgeladen. Ah, die waren gerade rot. Red 10.000 bekomme ich. Also... Richtig gut. Ich sage euch wirklich. Richtig gutes Spiel. Ähm, kann ich jetzt... Ich kann jetzt... Na, was? Ich kann jetzt nicht tun. Okay. Okay. Äh... Zweites Bad nötig. Warte, man... ... geht das... ... so... ... ausstreichen. Ne... Archiv. Weihnachtsputz. Hier die Garage aufräumen kann man natürlich... Oh Gott, ich kotz gleich. Oh Gott, ich kotz gleich glaube ich, Alter. Diese... Diese Garage... Sie sieht surreal... ... aus. Surreal schlimm. Die fangen ganz in der Ecke an. Wir gucken nicht auf... ... den Dreck. Weil sie hier komplett... ... alles sauber. Ich kotz gleich. Wie kann ich so leben? Warum muss ich das überhaupt zusammen putzen? Das Auto auch noch gleich putzen. Ja, am besten ja. Alter. 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 und der einzige gute Autoreifen na bravo ja ich habe richtig viel Spaß in dieser Kotzle und der einzige Kotzle ok kurze aufsammeln hat jemand was reingeschrieben? schreib doch mal was ach komm jetzt ist hier noch 1% Verschmutzung 1% bitte 1% Fenster warte hab da nen Trick rausbekommen der Trick raus reinige Verschmutzung 1% wo ist die Verschmutzung? wo ist sie? wo ist sie? nein reinige Verschmutzung 2% ja gut da hätte man jetzt auch nicht so übertreiben müssen in einer Sekunde einfach das Fenster gemacht richtig gut oder? 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 was sind die anderen zwei? oder? 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 oder?